Im Oktober hätten zwei Große der Schalker Familie ihre Geburtstage gefeiert. Am 10.10. Stanley Buda und am 16.10. Ernst Kuzora. In der Woche der Tradition blicken wir zurück auf die beiden Schalker Legenden. Angefangen mit Stanley Buda. Weitere Programmpunkte waren Sonderaktionen am alten Tabakladen oder der Freundschaftskick in der Glück-Aufkampfbahn mit anderen Legenden wie Olaf Thon und Tanne Fichtel. Aber die müssen sich erstmal bei einem anderen Star rückversichern, ob der überhaupt Lust hat. Aber was ist mit dir jetzt? Spielst du oder bist du Zuschauer oder? Das wollen wir hören. Na klar hatte Asa Lust. Und wie? Ein Kabinettstückchen jagte das andere. Die waren sehr, sehr high. Ich habe schon beim ersten Aktion schon gesehen. Einer stand hinten dran und wollte mir schon einen mitgeben. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß mit den Jungs. Man kennt sich alle. Abgerundet wurde die Woche mit dem Abend für und über die Schalker Legende Ernst Kuzora. 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 Kuzora.